Kaum gestreckt, schon weg vom Fleck. Unter lauten Buhrufen entfernen Bauarbeiter Banksy's neuestes Kunstwerk, die gestreckte Katze, von einer Bauabsperrung. Seit Tagen flutet der mysteriöse Graffiti-Künstler Londons Straßen mit Tierbildern. Jeden Tag eins. Der Grund hinter dem Banksy-Zoo? Möglicherweise will der Künstler den Menschen in Zeiten voller Negativ-Schlagzeilen einfach eine Freude bereiten. Tja, leider ist die Freude teilweise nur von kurzer Dauer. Der heulende Wolf wird schon am Tag seiner Entdeckung von Übeltätern gemobst. Immerhin, diese gestreckte Katze will der Bauunternehmer angeblich einer Galerie spenden. Nun wartet die Welt gespannt auf die nächsten Tiere im Banksy-Zoo. Dauer. Dauer. Untertitelung des ZDF, 2020